Die Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Das heute unsere Themen. Faszination Marathon, was Hobbyathleten auf so einer langen Distanz antreibt. Zurückgewonnene Chancenverwertung. Die Roten Teufel Bad Nauheim schlagen den Tabellenzweiten Rosenheim. Wir starten mit Marathon. Am Sonntag war es wieder soweit in Frankfurt. Zwischen dem Sieger Marc Kipto in 2 Stunden, 6 Minuten und 49 Sekunden und dem letzten in 6 Stunden und 35 Minuten haben sage und schreibe 9000 Athleten das Ziel in der Frankfurter Gutstub erreicht. Stellt man sich die Frage, was reizt die Leute eigentlich überhaupt einen Marathon zu laufen. Wir haben vor dem Lauf einige der Starter nach ihren Beweggründen befragt. Ich habe riesen Respekt vor einem einzelnen Marathon und ich sage immer, also lieber laufe ich einen Marathon im Ironman als Solo, weil das ist klar, man versucht deutlich schneller zu laufen, wenn man den Solo läuft und das ist ein Geschwindigkeitsbereich, der wirklich sehr an die Grenze geht. Und ich finde auch, das ist eine Möglichkeit für mich, ein Ziel zu erreichen, was nicht ganz so aufwendig ist wie ein Ironman von der Vorbereitung. Ich freue mich schon jetzt und das wird einfach eine coole Sache. Ich bin eine Tochter von einer Frau, die sehr stark ist. Sie ist Ärztin und sie hat immer sehr viel gearbeitet. Sie war nie eine Mutter, die zu Hause geblieben ist. Und ich finde es sehr schön, als Mutter auch ein Vorbild zu geben an dein Kind, dass du etwas erreicht hast, außer dieser Mutterrolle. Und ich will auch, dass mein Kind in der Zukunft etwas sagen kann. Und auch, dass meine Mama seine Marathon gelaufen ist. Das finde ich auch gut. Das motiviert mich. Niemals. Also ich habe noch bis vor zwei Jahren gesagt, dass ich niemals Marathon laufen werde. Also ich konnte es nicht vorstellen. Es ist so eine extrem weite Distanz und es kam dann eigentlich so nach und nach. Ich weiß noch ganz genau, meine Mutter rief mich irgendwann Mittwochsabend an, in der Woche vor Muttertag und sagte zu mir, Marina, wir können kostenlos beim Mainzer Halbmarathon starten und ich wünsche mir von dir zum Muttertag, dass du das mit mir machst. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Und danach habe ich mir gedacht, dann schaffst du auch einen Marathon. Und dann habe ich angefangen zu trainieren und genau. Naja, ich bin ein Kind dieser Region. Von daher ist der Frankfurt Marathon schon immer ein Begriff gewesen. Und man hat halt durchaus auch die Fernsehübertragung gesehen und das haben wir mit Begeisterung letztendlich auch wahrgenommen. Und wenn du so eine tolle große Veranstaltung um die Ecke hast, dann willst du da auch irgendwann mal dran teilnehmen. Und so war das letztendlich dann auch gewesen. Ja und ansonsten ist einfach das Laufen meine Leidenschaft. Ich muss mich bewegen, es ist der Ausgleich für mich, es ist die Herausforderung in meinem Leben. Und meine Familie weiß, dass wenn ich mich nicht bewegen könnte, dann bin ich glaube ich kein angenehmer Zeitgenosse mehr. Also Laufen ist wirklich mein Leben und meine große Leidenschaft. Und Frankfurt ist die ideale Strecke für mich, um jetzt das Projekt 3 Stunden anzugehen. Und das ist natürlich der große Traum, in die Festhalle einzulaufen und dann zu sehen, dass die 2 noch auf dem Tacho steht. Wir sind am Ende der Bahn ein bisschen schneller, dann die Schwierigkeit wieder steigern. Und hier runter, ordentlich schnippeln. Eine Bahn. Das heißt, ich werde nicht langsamer, sondern ich werde den Boden überschnippeln. Und jetzt bin ich im Frankfurt Marathon Projekt und jetzt werde ich betreut und mache sozusagen gleich von Anfang an alles richtig. Und arbeite halt an meinem richtigen Laufstil, an der Technik und wie ich mich auch ernähren soll. Und ja, dabei sind viele erfahrene Läufer, die mich auf dem ganzen Weg jetzt begleiten und unterstützen. Und es macht Spaß und man sieht, man verbessert sich Woche für Woche und ja, eigentlich ganz schön. Für mich ist dieser Frankfurt Marathon, weil ich hier geboren, aufgewachsen und auch gearbeitet habe, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für mich geworden, da ich bisher die 32 Frankfurt Marathons erfolgreich beendet habe und natürlich den 33. auch machen muss. Und das auf jeden Fall erleben will. Ich habe ja die Bilder von der Festhalle in meinem Fernsehen verfolgt und ich stelle mir das so vor, ich laufe in diese Festhalle ein, ein Gänsehaut-Moment. Ich weiß, dass ich es geschafft habe und einfach riesen Emotionen dann mit den ganzen Leuten, die einem zujubeln. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten dann. Nach getaner Arbeit quasi auch noch so diesen bombastischen Abschluss zu haben. Das wird schön, ja doch. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit Eishockey, genauer gesagt mit diesem Thema. Zurückgewonnene Chancenverwertung. Die Roten Teufel Bad Nauheim schlagen den Tabellenzweiten Rosenheim. Zu Gast im Studio, Sportdirektor Daniel Heinritzi. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über Eishockey, genauer gesagt über den EC Bad Nauheim. Bei mir der Co-Trainer Daniel Heinritzi. Hallo und herzlich willkommen. Aktuell seid ihr auf Platz 5, nur ein Punkt hinter dem Tabellenzweiten. Da können wir zufrieden sein. Ja, definitiv. Momentan können wir zufrieden sein, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Die Saison dauert noch sehr lang, von daher ist noch viel Arbeit zu tun. Jetzt hat man ja auch irgendwo Punkte gelassen, klar wie alle Teams auch. Weint man so liegen gelassenen Punkten immer noch mal ein bisschen hinterher? Man könnte jetzt auch Tabellenzweiter sein. Ja, ich glaube die Liga ist sehr eng dieses Jahr. Jeder kann jeden schlagen. Viele waren ertäuscht darüber, dass wir beim Tabellenletzten am Freitag verloren haben. Aber es zeigt einfach, dass es eine Ausgeglichenheit ist. Und natürlich ärgern uns sechs Punkte, die wir unserer Meinung nach liegen gelassen haben, die uns vielleicht schon so ein bisschen ein Polster verschafft hätten nach unten. Aber wir können momentan wirklich zufrieden sein. Aber es ist nur eine Momentaufnahme. Es sind noch genügend Spiele vor uns. Es können auch genug Punkte geholt werden und genug Punkte liegen gelassen werden. Du sprichst, wäre ein Polster nach unten. Das heißt, der Blick richtet sich eher nach unten als nach oben aktuell? Nee, also der Blick richtet sich in beide Richtungen. Wir wollen uns natürlich oben in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, unser Saisonziel verwirklichen. Und das zeigt einfach, wie ausgeglichen es ist. Wenn man einfach mal ein schlechtes Wochenende hat, an dem man vielleicht beide Spiele mal verlieren sollte, dann kann man halt auch ganz schnell von einem einstelligen vielleicht auf einen zweistelligen Tabellenplatz rutschen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Würdest du sagen, du hast es eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, würdest du sagen, dass die DEL 2, die ja jetzt im zweiten Jahr ihre Geschichte ist, in diesem Jahr ausgeglichener ist als letztes Jahr? Ja, das kann man definitiv sagen. Die Liga ist wesentlich ausgeglichener. Auch durch die Reduzierung der Ausländer und die Qualität an Spielern, die aus der DEL in die DEL 2 gekommen ist, kann man nur von einer sehr ausgeglichenen Liga sprechen. Momentan marschiert Bietigheim ein bisschen vorne weg. Der Meister Bremerhaven dümpelt noch so ein bisschen am Tabellenende rum. Aber ich glaube, dass das wirklich bis zum Ende für die ersten zehn Plätze ein Rennen gibt. Irgendwann Richtung Weihnachten hin wird sich wahrscheinlich so wie letztes Jahr auch ein bisschen herauskristallisieren, wer sich im oberen Teil der Tabelle bewegt und wer eher um den unteren Teil der Tabelle mitspielt. Du hast es angesprochen, in der DEL 2 auch sehr viele Spieler mit DEL-Erfahrung. Würdest du sagen, jetzt im zweiten Jahr die DEL 2 ist auch bei den besseren Spielern akzeptiert? Ja, ich glaube, die Professionalität, die die Liga auch mit der Vermarktung jetzt an sich legt, wie sich rumspricht, wie professionell man sich an die DEL annähert, dass es auch für Spieler, auch gerade ältere Spieler aus der DEL ein Anreiz ist, doch in die zweite Liga zu gehen. Nicht, weil die Liga schlechter ist. Man hat das Beispiel Vitali Arp oder Dujan Frosch bei uns, die aus der DEL jahrelang gespielt haben und jetzt zu uns in die zweite Liga gekommen sind und die auch von dem Niveau der Liga sehr positiv überrascht sind. Allerdings, der Unterschied zwischen den beiden Ligen ist natürlich schon noch relativ hoch und vor allem, es gibt einfach keinen Auf- und Abstieg zwischen der DEL und DEL 2. In deinen Augen siehst du das als Problem? Ich sehe es auch als Problem an, ja. Ich habe das auch in einer Umfrage mit der Eishockey News klar gesagt, dass das meiner Meinung nach noch das größte Problem ist. Es ist einfach eine Tradition im deutschen Sport, dass es einen Auf- und einen Abstieg gibt. Es ist geplant, eventuell schon für die nächste Saison beziehungsweise im Kooperationsvertrag ist es fest verankert, dass der Auf- und Abstieg von DEL 2 zu DEL auch kommen soll. Das waren auch Teil der Kooperationsverhandlungen und das ist auch wirklich wichtig und positiv, gerade für Standorte, die auch das Potenzial haben, in die DEL aufzusteigen. Wäre Bad Nauheim so ein Standort in Zukunft mal gesehen? Also ich glaube, dass wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg bewegen, aber es wäre natürlich auch infrastrukturell einige Dinge noch zu erledigen, aber man soll niemals nie sagen. Wie gesagt, wir als Organisation wachsen gemeinsam und schaffen Strukturen und man weiß nie, was die Zukunft bringt. Du bist ja vor allem als Co-Trainer für das Sportliche und gar nicht so sehr für das Marketingtechnische. Würdest du rein sportlich sagen, dann wäre eigentlich der Aufsteiger eigentlich auch immer im Nachfolgejahr der potenzielle Absteiger, weil der Unterschied dann doch extrem hoch ist? Ich glaube, der größte Unterschied ist natürlich a das Etat der Mannschaften, b sind natürlich auch die Ausländeranzahlen der DEL höher und ich glaube, dass eine solide Basis an deutschen Spielern in der zweiten Liga spielt, die auch durchaus das Potenzial hätte, in der dritten oder vierten Reihe in der DEL als Spieler zu spielen. Man sieht, dass viele DEL-Vereine oft nur mit drei Reihen agieren und die jungen deutschen Spieler dort teilweise noch als Platzhalter sind, aber das wird sich in Zukunft durch die Anpassungen der Ausländeranzahl und der deutschen Spieler auch ändern, was natürlich die Gesamtstärke der deutschen Spieler auch mit Hinblick auf die Nationalmannschaft stärkt. Das war jetzt alles so noch ein bisschen Zukunftsmusik. Kommen wir zum aktuellen, nämlich da war am Sonntag das Heimspiel gegen den Sportbund Rosenheim und für uns war der Kollege Carsten Breck mit dabei. Die roten Teufel wissen doch noch, wo das Tor steht. Nach der 1 zu 4 Niederlage vom Freitag beim Tabellenletzten Krimi-Chow am Sonntag zu Hause dann die Trotzreaktion. 5 zu 2 Sieg gegen den Tabellenzweiten Rosenheim, die eigenen Torchancen konsequent genutzt und dran an den Top-Teams der 2. Bundesliga. Wir haben an uns geglaubt mit einem sehr guten Torwart und haben gekämpft. Und manchmal ist es schön, so einen Arbeitssieg zu holen, statt mit schönen Spielereien. Teufel-Goalie Jan Gurica hielt gegen die Star Bulls, was zu halten war. Und vorne nutzten die Wetterauer auch wieder ihre Chancen. Noch vor Ablauf des ersten Drittels über Zahlbad Nauheim. Drew Paris aus der Distanz, Patrick Strauch hält seine Kelle rein, die 1 zu 0 Führung. Ohne ihren verletzten Kanadier Dan Ringwald, der mit einer Handverletzung bis zu 10 Wochen ausfallen wird, legten die Roten Teufel im zweiten Drittel nach. Matt Baker allein gegen drei Rosenheimer mit dem 2 zu 0. In einer rasanten Partie zeigten aber auch die Rosenheimer, warum sie auf dem zweiten Rang stehen. Timothy Koons mit dem Anschlusstreffer Sekunden vor der zweiten Pausensirene. Bad Nauheim davon im Schlussdrittel aber unbeeindruckt. Vitali Arp auf Tim May, das 3 zu 1. Und keine Minute später die Vorentscheidung zum 4 zu 2 im Powerplay. Wieder Vitali Arp als Vorlagengeber für Patrick Strauch, der wieder seinen Schläger reinhält. Die zuvor kritisierte Chancenverwertung funktioniert wieder. Ich habe nie mit unserer Chancenverwertung beharrt, das sind andere Leute. Ich kenne, dass man sieht ganz oft seine eigene Mannschaft ein bisschen zu kritisch. Man denkt immer, dass man viele Chancen liegen lässt. Aber so wie man heute sieht, ich glaube, Rosenheimer haben zum Beispiel viel, viel größere Chancen gehabt. Lassen die liegen, wir haben weniger. Es gleicht sich immer aus. Aber man sieht das immer, glaube ich, durch ein bisschen so Vereinsbrille, die ganze Sache. Die Star Bulls sollten dann auch noch zum 4 zu 2 Anschlusstreffer kommen, durch Sergio Sommer. Doch auch wenn Kyle Helms sogar noch einen Penalty und somit die endgültige Entscheidung für Bad Nauheim liegen ließ, der Schlusspunkt war den Hausherren vorbehalten. Als Rosenheim in den Schlusssekunden ohne Torwart alles auf eine Karte setzte, traf Max Campbell zum 5 zu 2 ins leere Tor. Der EC Bad Nauheim nach seinem sechsten Heimsieg in Serie auf Platz 5, punktgleich mit den Kassel Huskies und nur einen Zähler hinter dem Tabellenzweiten Rosenheim. Am Freitag folgt nun der nächste Kracher, dann kommt der Tabellenführer Bietigheim ins Colonel Night Stadion. Was macht euch im Moment so stark? Ich glaube, dass wir einen wesentlich ausgeglicheneren Kader haben als letzte Saison. Wir haben viel Erfahrung mit reingebracht und man kann jetzt nach fast zweieinhalb Monaten wirklich sagen, wir haben eine charakterstarke Mannschaft, die sich auch von Rückschlägen nicht beeindrucken lässt und wir steigern stetig unser Defensivverhalten, gerade im eigenen Drittel. Haben wir auch gestern gesehen, Rosenheim hatte auch Spielanteile gehabt im Spiel, viele Chancen gehabt, aber wir haben es gut verstanden, sich von der gefährlichen Zone und dem Slot fernzuhalten. Und ich glaube, wenn wir darauf aufbauen, dann sind wir auf einem guten Weg. In der Offensive haben wir viel Potenzial und sind in der Lage, unsere Tore zu schießen. Und wenn wir das auf eine solide Defensive noch aufbauen und das auch wirklich kontinuierlich machen, dann glaube ich, dass wir auf einem wirklich sehr guten Weg dieses Jahr sind. Aber es bleibt erstmal beim Saisonziel Einzug in die Playoffs. So ist es. Das ist unser Saisonziel, egal wie, ob das über die Pre-Playoffs ist oder der direkte Weg, den wir natürlich bevorzugen würden, aber das ist unser Ziel, unter die ersten 10 zu kommen. Im letzten Jahr warst du gegen Ende der Saison dann Cheftrainer, Interimstrainer, nachdem Frank Karnevale entlassen wurde. Du hast damals aber auch schon gesagt, das ist für dich keine Option auch für dieses Jahr, weil du als Trainer auch noch ein bisschen lernen willst mit deinem jetzigen Cheftrainer, Petri Kujala. Was kann man da von ihm noch lernen? Was ist er für ein Typ? Petri ist ein sehr ruhiger Typ, sehr akribischer Arbeiter. Wir haben dieselbe Philosophie vom Eishockey. Wir kennen uns jetzt seit acht Jahren und es war, so wie du es gesagt hast, ein Wunsch von mir eben auch noch ein bisschen reifen zu können. Man kann seinen Horizont immer erweitern und es macht einfach Spaß, mit Petri zu arbeiten, weil man sitzt in der Kabine und man spricht über dasselbe, man spricht dieselbe Sprache, man hat dieselben Vorstellungen, den Standort weiterzuentwickeln, die Mannschaft zu entwickeln. Es ist immer sehr akribisch, wie nachgearbeitet wird, wie vorgearbeitet wird. Und da nimmt man einfach Sachen mit, wo man immer profitieren kann von. Aber langfristiges Ziel wäre schon irgendwann wieder der Cheftrainer Posten? Ja, ich glaube, ich habe da noch ein bisschen Zeit. Mit Petri macht es sehr viel Spaß und was die Zukunft bringt. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, habe da noch ein bisschen Potenzial und mit Petri macht es sehr viel Spaß. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir beide noch lange zusammen in Bad Neuheim arbeiten würden. Was sagen denn die beiden zur Langzeitverletzung von Dan Ringwald? Gut, wird es Nachverpflichtungen geben? Also wir haben uns am Freitagabend schon entschlossen, ich habe bis tief in die Nacht den Markt intensiver sondiert. Also als sportlicher Leiter habe ich den Markt natürlich nie aus den Augen gelassen, weil man immer auf Verletzungen vorbereitet sein muss. Wir werden die Deutschlandcup-Pause nutzen, den Markt intensiver zu sondieren. Und wenn wir die abschließenden Ergebnisse von der Untersuchung von Dan Ringwald haben, werden wir eine Entscheidung treffen. Wenn wir definitiv wissen, wie lange er ausfällt, wir gehen momentan von acht bis zehn Wochen aus. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen, wie wir reagieren werden. Die Möglichkeit zu einer Nachverpflichtung ist da, sie ist aber nicht zwingend notwendig. Momentan, weil wir uns auch auf die guten Kooperationspartner, die Düsseldorfer AG, verlassen können. Wo wir immer die beiden jungen Verteidiger, Corey Mapes und Jonas Noske abrufen können. Vielleicht auch mal beide. Von daher werden wir bis zur Deutschlandcup-Pause mit Sicherheit keinen Schnellschuss tätigen. Aber in der Deutschlandcup-Pause ist die Möglichkeit da, wenn der richtige Spieler dabei sein sollte, das auch reagiert werden kann. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Du hast gesagt, gleich noch nachts, abends noch den Markt sondiert. Wie hat sich das der Fan vorzustellen? Schaut man dann, wer vor der Saison schon angeboten wurde? Ob die jetzt noch verfügbar sind oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, so ähnlich kann man das sagen. Also wo wir wussten, unsere medizinische Abteilung in Krimetschau, dass Dan Ringwald wahrscheinlich länger ausfallen wird, habe ich mich gleich ans Telefon gehongen mit den kanadischen Beratern. Die Spieler, die eben auch im Sommer angeboten sind, wo man weiß, die haben noch keine Verträge, beziehungsweise haben Verträge in der East Coast oder in der AHL bekommen, die Interesse hatten rüber zu kommen, sondiert man das eben, ob die noch Interesse haben und ob der Spielertyp, der natürlich Dan Ringwald ersetzen kann, ist schwer zu finden. Und von daher werden wir uns da auch Zeit lassen und keinen Schnellschuss trügen. Wir wollen gleich noch über die kommenden Spiele sprechen, machen aber erstmal eine zweite kurze Pause. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow mit dem EC Bart Nauheim. Wir haben vorhin schon mal über das Verhältnis von dir und Cheftrainer Petri Kujala gesprochen. Du hast gesagt, selbe Philosophie in deinen Augen. Was spielt der Nachwuchs für eine Rolle in dieser Philosophie? Er spielt eine große Rolle. Es war auch ein Kriterium bei der Trainersuche, dass wir jemanden wollten, der bereit ist, mit jungen Spielern zu arbeiten. Petri hat einige junge Spieler in Ravensburg entwickelt, die jetzt auch in die DL gekommen sind und war auch lange Zeit Nachwuchs-Cheftrainer in Ravensburg gewesen. Und arbeitet wirklich sehr, sehr detailliert, kümmert sich sehr um die jungen Spieler, analysiert wirklich einzeln mit ihnen ihre Wechsel, ihre Fehler, spricht viel mit ihnen. Und das ist so ein Selbstvertrauen, was du als Trainer dann den jungen Spielern gibst und das zahlen unsere jungen Spieler mit Leistung zurück. Und da sind wir wirklich momentan sehr zufrieden, aber warnen die jungen Spieler auch immer davor, nicht zufrieden zu sein, sondern eben an sich weiterzuarbeiten. Das heißt, da gibt es dann auch nochmal Extraschichten für die Jungen? Das ist richtig. Wir haben zum Beispiel eingeführt ein Perspektiv-Training mit noch jüngeren Spielern, dass wir einfach den Talenten, die wir in Bad Nauheim haben, was bieten. Eben schon früh an den Profibereich ranzuschnuppern, haben da wirklich einige Spiele im Jahrgang 96, 97, 98, die Potenzial und Talent haben, die auch interessant sind für die großen Talentschmieden, die Eisbären Berlin, Adler Mannheim, Red Bull Salzburg. Aber momentan, dadurch, dass wir viel mit denen arbeiten, können wir sie bei uns halten und wollen halt auch langfristig mit denen planen. Es gibt zwei Regeländerungen für diese Saison. Im Eising hat sich ein bisschen was geändert und die blauen Linien sind ein bisschen mehr in die Mitte gerückt. Das heißt, die Zonen vor dem Tor sind größer geworden. In deiner Erklärung als Trainer, was hat das für Auswirkungen aufs Spiel? Also ich glaube, dass die Zonenvergrößerung die größere Auswirkung ist. Man sieht, dass man im Powerplay etwas mehr Platz hat, ein bisschen mehr Raum hat, dass mehr Powerplay-Tore fallen dadurch. Es ist in Unterzahl schwer, diesen Raum zu verteidigen. Man kann nicht mehr ganz so aggressiv sein in Unterzahl, weil man sonst mehr Räume für den Gegner schafft. Das Eising ändert das Spiel nicht so wirklich, weil die Verteidiger haben sich relativ schnell angepasst. Wenn sie die Situation erkennen, machen sie die drei, vier extra Meter und dann ist es wie bei der alten Regel eben auch Eising. Es ist selten, dass ein Hybrid-Eising mal vorkommt. Das kommt eben meist nur dann vor, wenn der Verteidiger schläft. Was nicht auch so oft vorkommen sollte. Sprechen wir ganz kurz noch über das nächste Spiel gegen den Tabellenersten. Wie schwierig wird's? Ich glaube, SCB-Ticker und Bissing, die Steelers, die haben hohe Qualität in der Offensive, haben sich in der Defensive auch etwas verbessert und haben momentan einfach einen Lauf. Wir haben drei sehr starke, ausgeglichene Sturmreihen. Das heißt, dass man sehr aggressiv die unter Druck setzt und umso mehr wir uns in deren Zone bewegen und sie zum Verteidigen zwingen. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel, wenn man die Niederlagen bisher sieht, die sie hatten, waren immer gegen Mannschaften, die sie auch unter Druck gesetzt haben. Das erste Spiel, wo wir in Bietigheim gespielt haben, war bis jetzt unser schlechtestes Saisonspiel. Das heißt, die Jungs werden mit Sicherheit auch heiß, mit den Fans im Rücken am Freitag gepusht zu werden. Dass man dem Tabellenführer vielleicht auch die erste Niederlage beibringt. Dafür wünsche ich viel Erfolg. Gegen Tabellenzweiten hat es zumindest am Sonntag schon mal gereicht. Danke dir für den Studiobesuch. Gerne. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen noch eine sportliche Woche. Wir sehen uns dann wieder kommenden Montag. Bis dahin machen Sie's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Sportshow wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. so ist es in einem Moment. Und auf morgen wieder aus dem Gericht. Du hast freim am Start. Und dann, wenn alle doh eine Hofer am Haupt passt. So 차neungen. Vielen Dank.